So, 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 ich mach gleich weiter mit Woodman. Ich hab jetzt alle Waffen gegen dich und irgendeine wird dich diesmal umbringen können. Du, mit deinem scheiß Schild. Ich kill dich sowas von. Du bist jetzt sowas von. Gay-Schichte. Ah, du Holzklotz, trommel dir doch auf deine Brust. Woodman. Wie klingt das denn schon wie Schuttman? Keine Ahnung. Ich ramm dir mein Boomerang ins Gesicht. Bam, bam, boomerang. Boomerang. Genau. Okay. Kann ich euch jetzt... Ihr kommt gar nicht, doch. Ah, fuck, fuck, fuck. Mit ein Schuss? Ja, jetzt mit ein Schuss. Mein Gott, davor wart ihr zwei Schüsse stark. Jetzt seid ihr nur noch ein Schuss stark. Oh, das hat alle... Lalalala, Hase. Lalalala. Womit hab ich ihn am besten besiegt? Mit Kettensäge M. Brrrr. Hm, 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 hm. Brrrr. Oh, okay, Entschuldigung. Egal. Ähm, der normale Beam ist besser. Hierfür. Bam. So. Oder? Ist ja ein normaler... Ich weiß es nicht. Ich vertraue jetzt vielmehr den normalen Beam, weil im ersten Mega-Man-Teil gab's einen Gegner, wo ich alle Special-Waffen ausprobiert habe, um dann festzustellen, mein Gott, der normale Beam ist die ultimative Waffe gegen diesen Gegner. Es war, äh, ich kann den Gegner nicht benennen. Mr. Blasenheini. Diese Blasengegner halt aus dem ersten Teil. For Dr. Willy. Ja, ich weiß nicht, wie der Gegner heißt. Doch, EC2. Oder irgendwie, er hat einen komischen Namen. Yeah, Tiger. Und ich nehme, ähm, ist klar. Ah, reingefallen. Ich, also nicht er. Wäre zu schön gewesen, wenn er auf irgendwas reingefallen wäre. Buh, ich lass mich zweimal treffen, ist nicht gut. Not very good, Mr. Royal. Ah, ficken. Ich benutze viele, viele Stimpfwörter, ist mir aufgefallen. Was mir leid tut. Also wenn... Bäh, ich bin durch die Wand gegangen. Wenn Kinder dieses Let's Play hören. Was heißt Kinder? Ih, der Ton klingt nicht gut. Äh, wenn... Leute unter 16 Jahren, ich weiß nicht was, dieses Let's Play hören. Haltet euch die Ohren zu, weil... Ich fluche oft. Sehr oft, komischerweise. Ja, was heißt komischerweise? Also ich bin so... Ich werd's auch nicht vermeiden. Weil bisher kamen auch noch nicht mehr Kommentare. Ich hab auch, äh, nur noch einmal nachgeguckt. Zu meinem Aufruf, doch mir bitte zu schreiben, ob ich so weitermachen soll wie bisher. Mit meiner Art. Oder ob ich es ändern soll. Ich brauch Energie. Scheiße. Jetzt kommen die Affen, nicht wahr? Und die Vögel. Äh. Ach, wagen wir's. Und wir nehmen den normalen Beam. Ja, normaler Beam. Ich liebe ihn. Normaler Beam, ich liebe ihn. Tidididi, tidididi. Ganz klar. Royal. Lieber Blub. Äh, Affe. Du kommst hierhin ungefähr. Seht ihr? Normaler Beam. Es ist die Göttlichkeit. Hier oben kommt Vogel. Oder auch nicht. Und halt nicht. Mein Gott. Energie. Ah, er kommt doch. Oh, Energie. Ich sage nur das Wort Energie. Und was kommt? Energie. Okay. Und... Oh. Also jetzt... Jetzt ist alles viel, viel schöner. Oh, 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 oh. Und ich spring mit dir hoch und vernichte dich im Flug. Im Sprung. Im, im, im Sumpf. Pah. Whatever. Äh, irgendwo bin ich doch hier jetzt gestorben, damit ich den ganzen Kack nochmal machen durfte. Bei meinem vorherigen Run. Genau, nämlich hier. Beim Hasen. Nein, Quatsch. Hase. Hase ist tot. Ach, jetzt kommen aber nochmal Hasen. Ach. Der kommt jetzt doof. Der kommt mit so einer Leiter. Also nicht Leiter, sondern... Ja, hier. Treppe. Treppe, Leiter. Ah ja, und der trifft mich. Pah. Eine Energie abgezogen, zwei Energie abgezogen, zwei. Ich kann es sehr schlecht erkennen. Und... Aber er hat mich wieder aufgefrischt. Danke. Schätz, Schätzchen, Schätzchen. Was kommt hier? Ich hab's vergessen. Ah, genau, ihr. Oh Gott. Ihr habt mich besiegt. Ihr wart es. Ich spring und... Ja, ihr springt. Nicht ich spring. Scheiße. Ihr macht irgendwie guten Schaden. Oh Gott. Einfach draufhalten, was das Zeug hält. Einfach draufhalten, was das Zeug hält. Und ihr seid weg. Gut. Und ich... Bäh. Okay, Wut. Äh, Wut. Hitze. Fumm. Hä? Okay. Ist ein bisschen mickrig, aber los geht's. Ah, so, 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 so. Gut. Ah. Du Arsch. Sie, Arsch, sie. Ich werde sie schön malträtieren. Mit Feuer. Es trifft die nicht. Es trifft die nicht. Doch, es trifft ihn, aber nicht gut genug. Scheiße. Ich möchte jetzt noch nicht sterben, wollte ich sagen. Scheiße, mein Feuer ist weg. Ah. Kreiswege war auch okay. Normaler Strahl ist am besten. Scheiße. Ach, scheiße. Egal. Pah. Pipapo. Pah. Wir haben noch viel, viel mehr Chancen. Ähm, eine neue Waffe auswählen. Äh, Zeit anhalten. Vielleicht wirkt es. Next. Flash. Zeit anhalten. Und dann, äh, falls das nicht klappt, was nehme ich dann? Äh, wir haben C, Bomben. Nein, äh, wir haben, äh, äh, B, Bubbles. Nein, äh, Bumerang hatten wir schon. A. A ist... Wind. Wind gegen einen Baum. Hm. Ähm, erscheint mir jetzt so als äußerst logisch, aber... Mein Gott, wann war dieses Spiel jemals logisch? Heh, 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 heh. So. Dillillill. Dillillill. Und Zeit anhalten. Es passiert nichts. Ach, warum auch? Ach, warum auch? Nee, er dreht sich um, wenn ich hinter ihn gehe. Und er tut mir mehr weh, wenn er mich mit seinem Körper trifft. Ähm, 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 Kreiswege. Kreiswege? Nein, hatten wir schon. Äh, C, Bombe. Nein. Ähm, A. Ah, was war A nochmal? Der Wind, nicht wahr? Ja, Wind. Passiert nix. Wir haben uns treffen lassen. Ja, es trifft ihn. Dolle. Arschloch. Jetzt bitte ausweichen. Und nochmal. Ja! Ha, da, 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 da. Ich hab dir ins Gesicht geschlagen. Jetzt irgendwie mit Wind. Mit Windgeschwindigkeit hab ich meine Faust so tief in dein Gesicht reingebohrt, dass... Irgendwas passiert ist. Ich weiß es nicht. Mein Gott, aus dir wurde... Him. Bah. Ein ekliger Sänger. Him. Blablablabla. Geht, geht. Gut. Jetzt wieder mit alter Männersprache. Get equipped with leaf shield. Jetzt hab ich dein Schild. Alter. Alter, ich hab dein Schild, weißt du? Weh, 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 weh. Ich hasse dein UFO, Dr. Wiley. Du und dein UFO. Ihr habt mich letztes Mal dazu getrieben, dass ich einen Glitch ausprobieren... Äh, ausprobieren... Abusen musste, was mir leid tut. Und ich hasse dein UFO. Warum hast du wieder ein UFO gebaut? Du hast doch gemerkt, das letzte Mal hab ich das UFO kaputt gemacht. Jetzt hättest du dir doch lieber ein Fahrrad bauen sollen. Was ist das? Es sieht groß aus. Es sieht böse aus. Es sieht nicht nett aus. Pfui, Teufel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, ne. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Lade, lade. Okay. Wir sind Megaman. Und ich bin Funkroyal. Und ich sage Auf und Out. Schreie. Schreie.